Ich bin Caroline Sütter, ich bin CTO bei CM1 und wir machen smarte Bauleuchten. Diese Leuchten können zentimetergenau ihre Position bestimmen. Und das hat dann den Vorteil, dass man die genaue Geometrie von einer Baustelle bestimmen kann. Also es ist ein Produkt, was sich an Verkehrssicherer wendet und als Datenquelle in einer Smart City fungiert. Es hat zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass es Echtzeitdaten über die genauen Flächen und Positionen von Baustellen so noch nicht gibt. Und das sind interessante Daten, weil die Einfluss haben auf das Verkehrsaufkommen und auf die Planung innerhalb von der Stadt. Der andere Aspekt ist, dass ein Verkehrssicherer eine Baustelle zweimal am Tag kontrollieren muss, und zwar persönlich. Das ist auch eine Regel, die wir jetzt leider auch noch nicht geändert haben durch unser Produkt. Aber wir hoffen, dass wenn einmal der Beweis erbracht ist, dass diese Daten genauer und schneller und besser sind, als wenn jemand zweimal am Tag sehr schnell daran vorbeifährt, um die Regel zu erfüllen, dass wir diese Regel dann auch entsprechend geändert bekommen. Das Projekt wurde gestartet von der Stadt Hamburg. Da gab es jetzt mehrere Firmen, die daran gearbeitet haben. Und wir bei CM1 machen eben bisher nur dieses Produkt. Es geplant ist dann, dass es in Hamburg eben groß ausgerollt wird, dass jede Baustelle in Hamburg diese Leuchten verwenden muss, sodass man dann wirklich einmal, wenn man das ein paar Monate gemacht hat, sieht, welchen Einfluss hat eine Baustelle eigentlich auf den Verkehrsfluss. Wie viele Baustellen haben wir überhaupt in der Stadt? Wie gut ist die Planungssicherheit? Fangen die Baustellen dann an, wenn sie anfangen sollen? Und dauern die auch wirklich so lange wie geplant? Die Daten, die wir produzieren, werden in unser Backend geschickt. Und von dort sind sie verfügbar für die Städte. Das heißt, wir schicken die dann direkt auch weiter an die Smart City Plattform von Hamburg. Man kann die auch in alle möglichen GIS-Systeme integrieren. Und dann sind die Daten an einer Stelle, wo sie mit anderen Daten aggregiert werden können. Diese Leuchten sind völlig neu. Also das ist bisher noch nicht entwickelt worden. Die Idee steht schon seit ein paar Jahren im Raum. Aber auch dadurch, dass diese GNSS-Technologie überhaupt erst in den letzten Jahren auch so verfügbar und auch zu so guten Preisen verfügbar ist, lohnt sich natürlich dieser Einsatz. Denn die Leuchte kostet natürlich dimensional mehr als eine normale, sagen wir mal nicht smarte Leuchte. Aber dieses Investment lohnt sich eben, weil man so viele Daten dann produzieren kann.